Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute ist wieder Horse Riding Tales auf dem Handy. Ich hatte eine Umfrage gemacht, was ihr als nächstes sehen wollt als Video und ich glaube über 50% waren für Horse Riding Tales. Und hier sind wir in Horse Riding Tales. Das passt ehrlich gesagt mega krass gut, denn heute muss ich eine Wooden Whistle aufmachen. Oder kann ich? Wir machen natürlich auch die 4-Hour und die 10-Minute Free Chest auf, wenn wir gerade schon hier sind. Normalerweise mache ich das mittlerweile immer vor dem Video, denn wir haben so viele zusammen aufgemacht. Aber wenn wir heute die Wooden Whistle aufmachen, machen wir gleich die anderen mit auf. Okay, was ist drin? No available empty stable ist ja das weiß ich schon. Kriegen wir irgendwas krasses? Was ist denn nochmal Bronze? Ein Done! Yay! Haben wir mit der... Ich wollte gerade sagen, haben wir mit der Kiste mehr Glück? Äh, nee. Schade. Das haben wir bekommen. Dieses Pferd would support. Die letzte Kiste ist... Ich traue es mir kaum sagen, aber ich hätte gesagt, die beste Kiste von allen. Oh nein! Wie traurig ist das denn? Okay. Somit haben wir hier jetzt mal wieder zwei Pferde, denn... Ich glaube, seit... Ich weiß nicht, seit mega krass geraumer Zeit... Ähm, habe ich alle Boxen voll und ich möchte einfach nicht ständig irgendwas löschen. Ein paar Sekunden später. Ähm, ich habe gerade irgendwie eine coole Idee. Also ich glaube nicht, dass sie cool ist. Ich glaube, sie ist mega lame, aber irgendwie ein bisschen lustig. Denn ihr seht jetzt gerade schon die beiden Pferde. Ich meine, wie schlimm kann man diesen Paddock voll machen, bis man kein Pferd mehr fangen kann? Oder kann man diesen kompletten Paddock voll machen? Das wäre doch krass, oder? Wollen wir das mal probieren? Wartet mal, hier ist schon mal das erste Pferd. Denn eigentlich sollte es jetzt so sein, dass alle Pferde, die wir jetzt fangen, in diesen Paddock kommen. Oh mein Gott! Wollen wir den einfach so mega krass voll machen? Äh, no. Dass es da drin schlimmer ist wie auf jedem Konzert? Äh, no. Das wäre doch irgendwie voll lustig, oder? Wir packen das Pferd in den Pen. Und dann haben wir drei Pferde in den Pen. Ist das eine richtig dumme Idee? Ich glaube schon. Egal. Wir machen, wir machen das. Wir machen weiter. Wir fangen jetzt einfach jedes Pferd, das wir finden, und packen das einfach in diesen Pen. Ich glaube, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Falls euch dieses Video gefällt, lasst euch sehr, sehr gerne ein Like da. Ihr könnt gerne auch ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Denn, ähm, die Idee ist maximal doof. Aber macht nichts. Ich war ja die Idee einfach zu sehr, Leute. Oh mein Gott. Eigentlich wollte ich heute die Story weitermachen. Aber wer hat denn bitte Interesse an der Story, wenn wir einfach hier, ja weiß ich nicht, hier komplett alle Pferde in diesen Paddock reinpacken können, oder nicht? Also vermutlich, ähm, haben wir dann Probleme mit Peter, weil kein Platz, die ist das. Aber es sind ja Gott sei Dank keine richtigen Pferde. Ey, Leute, wir haben jetzt schon so viele Pferde. Was geht denn bei uns ab? Wie schnell geht denn das? Vor allen Dingen, wie viele Pferde müssen wir fangen, bis dieser Paddock echt voll ist? Ich hab absolut ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich nehm mal an, ich muss auch bestimmt ein paar Mal neu rein und wieder rausjoinen, oder? Oder spawnen die einfach die ganze Zeit? Spawnen diese Pferde jetzt die ganze Zeit und ich kann einfach endlich mal meine 470 plus Orbs nutzen? Oh mein Gott, Leute. Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, was glaubt ihr, wie viele Pferde wir brauchen, bis dieser Paddock tatsächlich voll ist? Also so richtig voll. Wisst ihr, was ich meine? So richtig, ähm, ich will es eigentlich gar nicht aussprechen, ne? Aber so Tierquäler-mäßig voll. Ich bin kein Tierquäler, Leute. Ich bin im echten Leben vegan und mir ist das Tierwohl sehr, sehr wichtig. Ich esse schon seit fast 10 Jahren mittlerweile keine Tiere. Und auch alles, was mit Tieren zu tun hat, nicht? Muss ich jetzt im Ernst 30 Sekunden? Ich möchte nicht 30 Sekunden warten. Hallo! Und dann geht's weiter mit unserer Mission. Ich hab dabei nur abgebaut. Ich glaube nicht, dass ich euch das gezeigt hab. Es ist nicht wirklich voll in unserem Paddock. Ich muss ehrlich sagen, es ist nicht wirklich voll in unserem Paddock. Und wir haben schon extrem viele Pferde gefangen, oder nicht? Habe ich welche verkauft aus Versehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hab euch alle Pferde gezeigt. Muss ich jetzt schon wieder warten? Oh Leute, ich log noch mal neu. Wir sind zurück. Das dauert immer mega, mega lange, neu zu laden. Aber bevor ich jetzt jedes Mal 30 Sekunden bei jedem Pferd warte, bis es neu spawnt, glaube ich, ist es die bessere Lösung. Wenn wir jetzt gerade in den Paddock reingucken, dann hätte ich gesagt, es ist immer noch nicht krass, oder? Ich glaube, es ist immer noch nicht krass. Wir brauchen gefühlt noch 100 Millionen Tausend Pferde. Okay, vermutlich nicht 100 Millionen Tausend, aber ich weiß gar nicht. Es ist, glaube ich, nicht mal, also, es ist nicht mal eine Zahl. Ich glaube, wir brauchen noch sehr, 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 sehr viele, oder nicht? So, du bist Pferd Nummer... Rolf? Nee. Ich glaube, wir haben schon mehr gefarmt, oder? Haben wir schon mehr Pferde gefarmt als das? Jetzt haben wir mal ein paar Rare-Pferde. Die kann ich später auch für einiges verkaufen. Also nicht, dass ich hier irgendwelche Geldprobleme hätte. Dadurch, dass wir ja einen Hunderter-Club hatten, sehr viele... Ich hätte es fast Monate genannt, oder? Habe ich natürlich immer auf jedem Account viel gefarmt. Und... Also, ich habe zwei Accounts. Und dadurch habe ich natürlich auch ein bisschen Kohle. Weil man bekommt automatisch natürlich dann Geld, wenn man das Spiel viel spielt. So. Nächstes Pferd. Yes. So. Nächster Server. Neues Glück. Und los geht's. So. Aber langsam aber sicher wird es in unserem Paddock, oder? Oh mein Gott, war das eine richtig dumme Idee. Das wird ewig dauern, die ganzen Pferde zu verkaufen. Aber egal, Leute. Ich finde es einfach... Your pen is full? Wir haben es jetzt schon geschafft. Aber es sieht gar nicht so aus, als wenn der voll ist. Leute, es ist tatsächlich so. Wenn man viele Pferde im Pen hat, in seinem Paddock, dann ist der voll. Oh mein Gott. Okay, dann verkaufen wir ihn jetzt. Oder sie. Und wir gucken einfach mal, wie viele Pferde wir jetzt im Pen haben. Jetzt wartet mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich? Dreizehn? Da liegt noch einer. Ähm, ich bin, ich bin lost. Wartet mal, wir brauchen mal ganz kurz ein fliegendes Pferd. Wir nehmen ein fliegendes Pferd. Wir nehmen ein fliegendes Pferd. Und dann fliegen wir hier einfach mal hin. Wir gehen ein Stückchen zurück. Und jetzt, warte mal, lass mich mal hier, dass man das gut erkennen kann. Kann man das jetzt gut erkennen? Nee, immer noch nicht, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, drei. Ah, ich zähle 13 Pferde. Schreibt mir mal jetzt in die Kommentare, zählt ihr mehr Pferde als ich oder weniger? Ich versuche mal nochmal ein bisschen höher zu fliegen. Könntest du, Silber? So, jetzt. So, jetzt. Ich kann nur nicht anständig nach unten gucken. Wartet, wir schaffen das irgendwie so jetzt. Zwo, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn. Also, Leute, ich habe jetzt mehrmals gezählt, also mehr als einmal. Und ich zähle jetzt 13 Pferde im Pen. Das heißt, wenn man 13 Pferde hier drin hat, dann ist der Pen quasi voll. Was ein bisschen krass ist, oder? So, wir sind jetzt quasi 14 Pferde hier drin. Oh mein Gott. Und wenn ich die jetzt alle verkaufe, kriege ich halt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Sind die alle nur 200 wert? Ja, dann leider nicht viel. Aber es war trotzdem auf jeden Fall richtig, richtig cool, es auszuprobieren. Okay. Ich danke euch für's Zuschauen. Lasst ihr sehr gerne liken, kommentieren und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.